kann es wirklich wahr sein spielen wir etwa heute crisis 2 ja das tun wir direkt auf uns geschehen mit dem ultra fett epischen ladebildschirm lang lang ist her also der steuerung habe ich mich nicht mehr so gut vertraut gemacht aber ich denke mal sollte alles kein problem sein und das wenn du auch schnell wieder hinkriegen wir warten erst mal schön den ladebildschirm ab wir sind glaube ich stehen geblieben immer noch in der gleichen mission wie vorher wenn wir dazwischen nicht schon gespeichert haben ich weiß gar nicht ich hoffe mal ladebildschirm ftw los geht's und wo sind wir ok also damit ich mache glaube ich mal hier ein bisschen den ton leiser von den dialogues so und zurück video game ok also was haben wir denn hier ok damit trautig dann werde ich unsichtbar dann kriege ich ein stahl ding dann wechsle ich die waffe ah hier habe ich das hat ok da sind waffen und so da muss ich hin markiere ich mir erstmal hier schön die targets so habe ich noch irgendwas nein ok sonst darf ich mich mal hier rein also da ist ein gegner ok ich glaube sie haben mich gesehen scheiße äh bin ich immer am crouchen lang so ok von da sollte jetzt einer kommen ok dann nehmen wir den nochmal und das tageslicht der steht nicht mehr so schnell auf so da ist noch einer der bewegt sich gerade von zu wir müssen jetzt genau unter uns stehen und den holen wir uns doch auch erstmal ok der kommt hoch oder auch nicht dann gehen wir mal hier runter so ok ist mir schön money grabben so so macht das ganze doch mehr spaß warum wir denn hier noch enemies da hinten vier ok diese ist natürlich alle in aufruhr und dann ballern wir direkt mal einfach mal rein so schön alle erledigen so ok und der nächste ist down da ist noch einmal so zwei sind es noch einer ist versteckt sich da den wir natürlich nicht zucken ok das war nix so schön mit match hat erledigt so dann der noch aber jetzt sollte man in deckung gehen so der dürfte mich jetzt eigentlich nicht mehr im radar haben ähm ich nehme jetzt einfach mal so lange auf wie ich gerade spiele weil dadurch dass ich ja lange nicht mehr gespielt habe muss ich erstmal wieder ein spiel rein finden so dann gehen wir jetzt mal hier runter snipern den anderen auch noch weg dann gehen wir mal weiter oder wir gehen hier nicht raus und gehen hier lang ok es ist nur einer können wir ganz leicht hier so erledigen zack ok ganz leicht ist an ich sterbe doch so ach du scheiße ok der wurde auf jeden Fall getroffen oh sollte man nachladen oh Gott es sind jetzt schon wieder zwei drei sind es ok hier soll ich auf jeden Fall hin ah ok ok muss ich jetzt da runter ich glaube ja ne wo sind hier die gegner gucken wir doch mal das war leicht fällt jetzt von mir so wir haben wieder genug energie können jetzt damit hier rüber da haben wir noch einen der ist jetzt natürlich auch down oh 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 nein pfui so gucken wir erstmal hier durch den unseren allmächtigen Gucker da ist natürlich nur einer aua ähm ich muss hier raus nicht sterben Jember ist ziemlich uncool äh ich muss hier weg ich muss hier weg lauf 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 wir müssen erstmal wieder unsichtbar werden was natürlich alles kein Problem für uns darstellt weil wir sind ja der Prophet da ist unser Ziel ich hab gar nicht mehr so viel money ich sollte mal auf die Piste wechseln auf die Pistole meine ich natürlich so ist meine energie aufladen dann gleich mit der Piste einen gezielten Headshot und dann so steht der Kanacke denn da ist er komm her und pam zack genau in den Kopf so doch der hat mich gesehen ich wollte gerade sagen der hat mich eh nicht gesehen so dann renne ich jetzt mal durch oh da ist meine energie ja kaputt okay da steht er unten gibt es hier einen Headshot so muss das sein okay hier haben wir noch einen mit diesen Alien Dingern oh nichts okay du musst runter in den Wreckage hier gibt es Bomben okay Granaten habe ich voll Flex Scarab oder Stealth Scarab hmm ja die ist eigentlich besser weil die Zielgenauer ist naja eine Feline nehme ich nicht mit hmm okay wo müssen wir jetzt hin mal gucken da soll ich runter stimmt das hier liegt noch Ammo ach so da war ich gerade huhu ich bin so ein Held ähm raus da nehmen schön soll ich jetzt wirklich hier ja ich seh es doch schon okay jetzt soll ich hier wirklich runter ähm hier soll ich aber nicht doch genau da soll ich runter okay Checkpoint erreicht du musst da rein gehen und sample die Wreckage wir suchen totes Crew alles genetische Material du kannst find ein Weg zu der Wreckage Aufmerksamkeit das ist Blue Actual ich brauche sofort Evac deine Ordnung ist klar Blue Sektion secure dein Sektor und find das Nanosuit Air Support ist in da ja ich glaube die mögen mich nicht voll blöd eigentlich weil ich mag die ja schon so so muss ich jetzt lange nach da oben verabschiede und fahre in die Wreckage Entschuldigung da oben sind glaube ich Gegner die mich jetzt nicht und es kommen die schon mit Hubschrauber an das finde ich aber jetzt voll gemein so und dürfen wir uns doch mal wieder raus so hier bin ich sicher ich hätte ich mich rein crouchen und soll ich das ich glaube es ja mal nicht ne aber was stand denn da grad kann ich hier rein? nein hier drin muss ja irgendwas geben sonst könnte ich hier ja nicht rein kann man denn hier liegen? Waffen soo wo haben wir unsere Freunde denn? wo sind sie? sind schein ach das sind die im Helikopter soll ich wirklich? oh oh da will aber auch nicht sterben habe ich so das Gefühl jetzt kriege ich aber Schellen von allen Seiten ja oi 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 das ist ne andere ach da sind bald mal daun ach ja ne was ist das schöne spiel dankeschön so ich hab fast keine Muni mehr was sagt denn hier unser schlauer Monitor ja da liegt ne Handpistole die braucht man nicht oh da drin gehts aber Ammo ok soll ich auch hin dann ist ja perfekt ne so so auf damit wir wollen hier durch rein da so dahinter gibts Muni ich glaub auch nicht dass wir hier runter sollen oh doch ich glaub wir sollen hier runter oi ok wieso war das irgendwie klar ok wieso war das irgendwie klar so was haben wir denn alles da haben wir was haben wir sonst noch irgendwas nein nicht nicht ok jetzt hab ich hier grad markiert oder nicht hier war das was ist denn das unknown zivilian cause of dead blood loss achso ok ein toter was haben wir hier ok 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 ich verstehe ich verstehe da oben liegen jede Menge Waffen und da muss ich hin und wir haben trotzdem noch hier viel zu wenig Muni analysieren ok ich sollte es hier analysieren aber ähm ich glaub nicht dass wir hier gern so gern gesehen sind ähm ähm glaub ich hier hoch sehr freundlich die ganze zeit dass ich das hier öffne ach so scanne ich das ok jesus das ist ein humann es sind Menschen Menschen die einfach ... ... ... ... ... ... ... ok also ich soll hier wieder raus ich bin gerade reingekommen wenn ich hier wieder rausgehe und da könnte ich jetzt raus hier könnte ich mir noch was umgucken Telefon was steht denn da wanted Marcel ich glaube ich werde gesucht ma места irgendwer und Description das kam nicht so gut erkennen wer wird noch gesucht Der Tim Milo na und so und da wird noch einer vermisst Vietnam müssen wir denn hier denn Na auch die verschiedenen Leute Ich denke was ist das vor den Entwickler dass sie sich um die selber suchen So, wen haben wir denn hier? Na du? Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Ähm. Ich glaube, dein Bein steckt in der Schublade fest. Ja, okay, dann würde ich wahrscheinlich auch jetzt nicht so gut aussehen. Ha. Oh, Mann. So, was haben wir hier? Crap. Ah, ich dachte gerade schon. Na, fang. Kann ich hier noch was grabben? Dann grabben wir den mal. Und, Wurf. Was? Nochmal. Wurf. Ja, so bis jetzt ist da noch keiner. Gut, dann würde ich sagen, wir enden jetzt hier auch mal erstmal die Aufnahme. Auch wenn ich eigentlich durchspielen wollte, aber, naja, für die erste Aufnahme soll es erstmal reichen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüsschen.